Wenn er die ganze Zeit so einen Koffer mit sich herumschleppen musste, würde er sich gezwungenermaßen mit Zug, Bus oder Taxi weiterbewegen. Und so würde er weitere Spuren hinterlassen und der junge Mann würde jedes Mal einen finden, den er an den Ohren hochheben konnte. Der junge Mann hatte großes Vertrauen in seine Fähigkeit, die Leute dazu zu überreden, ihr Wissen mit ihm zu teilen. Als er fertig nachgedacht hatte, beschloss er, den entsprechenden Bus einfach abzuwarten und den Fahrer ohne übertriebene Freundlichkeit zu befragen. Nachdem er seine Entscheidung getroffen hatte, erklärte der junge Mann seinem Gegenüber, was mit ihm, seiner Frau, seinen Kindern und seinem Haus passieren würde, wenn es ihm einfallen sollte, der Polizei oder sonst wem zu erzählen, was gerade vorgefallen war. Der kleine Schalterbeamte hatte weder Frau noch Kind, aber ihm war doch daran gelegen, seine beiden Ohren sowie sein Geschlechtsorgan einigermaßen unversehrt zu behalten. Also schwor er bei seiner staatlichen Eisenbahner Ehre, dass er keiner Menschenseele etwas verraten würde. Und diesen Schwur hielt er bis zum nächsten Tag. Die ausgesandten Zweiergruppen kehrten zum Altersheim zurück und berichteten von ihren Beobachtungen bzw. dem Mangel an eben solchen. Der Stadtrat hatte instinktiv beschlossen, die Polizei aus dem Spiel zu lassen und überlegte, wie die beste Alternative aussehen könnte. Da erdreistete sich die Reporterin zu fragen, was haben Sie denn nun vor, Herr Stadtrat? Der Stadtrat schwieg ein paar Sekunden, dann verkündete er, wir werden natürlich die Polizei einschalten. Oh Gott, wenn er eines auf dieser Welt hasste, dann war es die freie Presse. Alan wachte davon auf, dass der Fahrer ihn freundlich anstupste und ihm mitteilte, sie hätten jetzt die Haltestelle Bühringe Bahnhof erreicht. Anschließend buxierte er den Koffer aus der Vordertür und Alan bedankte sich für die Hilfe und winkte ihm zum Abschied, als der Bus wieder auf die Landstraße fuhr. Ein Bühringer war weit und breit nicht zu sehen, geschweige denn der dazugehörige Bahnhof. Hier gab es nur Wald, Wald und nochmals Wald, in drei Richtungen, und nach rechts ging ein kleiner Kiesweg ab. Alan überlegte, dass der Koffer, den er einfach mal so mitgenommen hatte, vielleicht warme Kleider enthielt, aber der war abgeschlossen und ohne Werkzeug würde er ihn nicht aufbekommen. Ihm blieb nichts anderes übrig, als sich zu bewegen, denn hier an der Landstraße konnte er nur herumstehen und langsam erfrieren. Die Erfahrung sagte ihm allerdings, dass ihm das wohl nicht mal gelingen würde, wenn er es darauf anlegte. Nach ein paar hundert Metern erreichte Alan ein stillgelegtes Bahnhofsgebäude neben einem äußerst stillgelegten Bahnhof. Er mochte ja ein Prachtexemplar von einem Hundertjährigen sein, aber nun war es doch alles ein bisschen viel gewesen in der kurzen Zeit. Alan mußte sich auf den Koffer setzen, um sowohl seine Gedanken als auch neue Kräfte zu sammeln. Der hölzerne Bahnsteig wirkte nicht gerade vertrauenerweckend. An der äußersten Planke konnte man immer noch die aufgemalte Warnung lesen, Betreten der Gleise verboten. Na, das Gleis konnte man sicher gefahrlos betreten, dachte Alan. Aber welcher Mensch, der auch nur ein Fünkchen Verstand besaß, würde freiwillig diesen Bahnsteig betreten. Die Frage wurde im nächsten Augenblick beantwortet, denn auf einmal ging die Tür des Gebäudes auf und ein Mann um die siebzig mit braunen Augen und grauen Bartstoppeln kam festen Schrittes herausspaziert. Offenbar vertraute er darauf, dass die Bretter nicht unter ihm nachgaben, denn seine ungeteilte Aufmerksamkeit galt dem alten Mann. »Wer bist du und was machst du auf meinem Bahnsteig?« erkundigte er sich. Alan gab keine Antwort. Er wußte nicht recht, ob der Mann, der ihm da gegenüber stand, Freund oder Feind war. Doch dann fiel ihm ein, dass es vielleicht ganz klug wäre, sich nicht mit dem einzigen Menschen anzulegen, der ihn in die Wärme einer Behausung bitten konnte, bevor er die Abendkühle wirklich unerbittlich zuschlug. Daher beschloss er, einfach die Wahrheit zu sagen. Also erzählte Alan, dass er Alan hieß, dass er auf dem Tag genau hundert Jahre alt war und für sein Alter noch ganz munter, dass er aus dem Heim abgehauen war und dass er außerdem den Reisekoffer eines jungen Mannes gestohlen hatte, der darüber bestimmt nicht allzu erfreut sein dürfte, dass überdies Alans Knie im Moment dicht in Bestform waren und dass Alan sich wünschte, eine kleine Pause vom Spazierengehen einlegen zu können. Nachdem er seine Ausführungen beendet hatte, verstummte er, blieb auf dem Koffer sitzen und wartete auf den Urteilsspruch. »Aha«, sagte der Mann und grinste. »Ein Dieb also!« »Ein alter Dieb«, verbesserte Alan missmutig. Der Mann sprang geschmeidig vom Bahnsteig. »Bist du wirklich hundert Jahre alt?«, erkundigte er sich. »Dann hast du jetzt sicher Hunger.« Alan verstand die Logik dieser Schlussfolgerung nicht ganz, aber hungrig war er tatsächlich. Also fragte er, was denn auf der Speisekarte stehe und ob es möglicherweise zu machen sei, dass er auch einen Schnaps dazu bekam. Der Mann hielt ihm die Hand hin, um sich zum einen als Julius Jonson vorzustellen und zum anderen dem Alten auf die Füße zu helfen. Dann teilte er ihm mit, dass er Alan den Koffer tragen könne, dass es Elchbraten gebe, wenn es recht sei, und dass er auf jeden Fall einen Schnaps dazu bekommen könne zur Wiederherstellung von Körper und Knie. Mühsam kletterte Alan auf den Bahnsteig. Die Schmerzen sagten ihm, dass er noch lebte. Julius Jonson hatte seit mehreren Jahren keinen mehr zum Reden gehabt, daher war ihm die Begegnung mit dem Alten eine willkommene Gelegenheit. Nachdem es einen Schnaps fürs erste Knie gegeben hatte und einen fürs zweite, gefolgt von einem weiteren für den Rücken und für den Nacken sowie einem für den Appetit, war man schon in bester Plauderstimmung. Alan wollte wissen, wovon Julius lebte, und der antwortete mit einer langen Erzählung. Julius war im Norden zur Welt gekommen als einziges Kind der Bauern Anders und Elvina Jonson. Er arbeitete als Knecht auf dem Hof und bekam jeden Tag Prügel von seinem Vater, welcher der Meinung war, dass sein Sohn zu gar nichts taugte. Als Julius 25 war, starb erst seine Mutter, und ihr Sohn trauerte sehr um sie. Wenig später ertrank der Vater im Sumpf bei dem Versuch, eine Kuh zu retten. Auch da trauerte Julius sehr, denn er hatte wirklich an der Kuh gehangen. Der junge Julius verkaufte alles, dann fuhr er nach Stockholm und brachte innerhalb von zwei Jahren sein ganzes Geld durch. Also zog er um und landete in Mariefred, wo er sich mit Gelegenheitsdiebstählen über Wasser hielt, bis er das Stadtleben satt hatte und das stillgelegte Bahnhofsgebäude in Bühringe für die 25.000 Kronen erwerben konnte, die er eines Nachts im Tresor des Wirtshauses in Kripsholm gefunden hatte. Jetzt lebte er mehr oder weniger von der Stütze, Wilderei in den Nachbarwäldern, einer bescheidenen Produktion von selbstgebranntem Schnaps und Handel mit demselben, sowie dem Weiterverkauf aller möglichen Besitztümer seiner Nachbarn, derer er irgendwie habhaft werden konnte. Er sei in der Umgebung nicht sonderlich beliebt, erzählte Julius, und Alan antwortete zwischen zwei Bissen Elch, dass er das sogar irgendwie verstehen könne. Als Julius meinte, dass sie noch einen letzten Schnaps nehmen sollten zum Nachttisch, erklärte Alan, dass er für derlei Nachttische schon immer eine Schwäche gehabt habe, aber zunächst eine gewisse Einrichtung aufsuchen müsse, wenn es dergleichen denn im Hause gebe. Julius teilte ihm mit, dass es rechts von der Treppe im Flur ein funktionierendes WC, Alan fand die Toilette am von Julius angegebenen Ort. Als er zur Hälfte fertig war, hörte er Schritte auf der Treppe. Im ersten Moment, das musste er zugeben, dachte er, dass es vielleicht Julius war, der sich gerade mit Alans frisch gestohlenem Koffer aus dem Staub machte. Aber dann wurde es immer lauter. Wie Alans schlagartig klar wurde, bestand ein gewisses Risiko, dass die Schritte vor der Tür einem schmächtigen jungen Mann mit einer Jeansjacke mit der Aufschrift »Never Again« gehörten. Und wenn er es denn tatsächlich sein sollte, dann war mit ihm jetzt sicher nicht gut Kirschen essen. Der Bus aus Strängnäs traf drei Minuten vor der fahrplanmäßigen Ankunft im Reisezentrum Malmschöpping ein. Da der Bus leer war, hatte der Fahrer nach der letzten Haltestelle ein bisschen aufs Gas gedrückt, weil er gern eine rauchen wollte, bevor er die Fahrt nach Flehen fortsetzte. Doch kaum hatte der Fahrer seine Zigarette angesteckt, als ein schmächtiger junger Mann auftauchte. Vier Stunden lang auf die Rückkehr dieses Busses warten zu müssen, hatte die Geduld des jungen Mannes nicht unwesentlich strapaziert. Nach der Hälfte der Zeit war er außerdem darauf gekommen, dass er den Bus ja leicht auf dem Weg nach Strängnäs noch hätte einholen können, wenn er sofort ein Auto beschlagnahmt hätte. Obendrein kurften plötzlich jede Menge Streifenwagen durch die kleine Ortschaft. Die konnten auch jeden Moment beim Reisezentrum vorbeikommen und den kleinen Beamten hinter dem Schalterfenster fragen, warum er so verschreckt reinblickte und warum die Tür zum Schalterbereich eigentlich so schief in den Angeln hing. Der Chef von Never Again hatte meinem Schöpping aus drei Gründen für die Transaktion ausgewählt. Erstens, weil es so nah an Stockholm lag, zweitens, weil es eine relativ gute Verkehrsanbindung besaß und drittens, weil der Arm des Gesetzes nicht bis hierher reichte. In meinem Schöpping gab es nämlich gar keine Polizei. Beziehungsweise sollte es keine geben. Aber jetzt wimmelte es ja nur so von denen. Der junge Mann hatte zwei Autos und insgesamt vier Polizisten gesehen, was in seinen Augen gleichbedeutend mit Gewimmel war. Erst glaubte er, sie seien hinter ihm her, aber das hätte ja vorausgesetzt, dass der kleine Schalterbeamte geplaudert hätte und das konnte der junge Mann mit Sicherheit ausschließen. Als der Bus endlich kam und der junge Mann sah, dass kein Passagier darin saß, hatte er sofort beschlossen, den Fahrer mitsamt Bus zu entführen. Er brauchte gerade mal zwanzig Sekunden, den Busfahrer zu überreden, den Bus zu wenden und wieder Richtung Norden zu fahren. »Das kommt ja nah an meine persönliche Bestleistung«, dachte der junge Mann, als er sich auf genau den Platz setzte, auf dem der Alte, den er jagte, auch gesessen hatte. Der Busfahrer schlotterte vor Angst. Unterwegs erkundigte sich der junge Mann, wohin der alte Kofferdieb gefahren war. Über Bühringer Bahnhof wusste der Fahrer nicht viel zu sagen, außer, dass selten jemand an der fraglichen Haltestelle ausstieg. Aber er glaubte, dass sich ein Stückchen in den Wald hinein ein stillgelegter Bahnhof befand. »Viel weiter konnte der Alte nicht gekommen sein«, meinte der Fahrer. »Er sei ja sehr alt gewesen und der Koffer schwer.« Da wurde der junge Mann gleich ein bisschen ruhiger. Er hatte darauf verzichtet, den Chef in Stockholm anzurufen, denn der gehörte zu den wenigen Personen, die Menschen noch viel besser erschrecken konnten als der junge Mann selbst, und dazu musste er sie nicht mal anrühren. Der junge Mann schauderte bei dem Gedanken, was der Chef sagen würde, wenn er wüsste, dass der Koffer verschwunden war. Lieber erst das Problem lösen und dann erzählen. »Hier ist es«, sagte der Fahrer, »mußte er jetzt sterben?« »Nein«, wie sich herausstellte, mußte er das nicht. Nur sein Handy starb einen raschen Tod unter dem Stiefel des jungen Mannes. Und dann ließ der junge Mann noch eine Flut von Todesdrohungen gegen die Familienmitglieder des Busfahrers los, für den Fall, dass dieser auf die Idee kommen sollte, die Polizei zu benachrichtigen, statt die Fahrt fortzusetzen. Dann stieg er aus und ließ den Fahrer mit seinem Bus davonfahren. Der arme Kerl war so verängstigt, dass er schnurstracks weiterfuhr bis Strengnäs, wo er mitten auf der Trädgurts Gartan parkte und, immer noch unter Schock, in die Bar des Hotels Delia marschierte. Dort kippte er hintereinander vier Whisky und begann zum Schrecken des Barkeepers zu weinen. Nach zwei weiteren Whisky bot ihm der Barmann ein Telefon an für den Fall, dass der deprimierte Gast irgendjemand anrufen wollte. Da schluchzte der Busfahrer gleich noch mehr und rief seine Freundin an. Alan unterbrach das, was er gerade tat, bevor er ganz fertig war. Er erkannte die Stimme gleich wieder, als nämlich der junge Mann Julius Johnson anbrüllte, er soll ihm gefälligst verraten, wo der andere scheiß Tatterkreis sei. Alan schließt sich zur Küchentür, wobei ihm seine weichen Pantoffeln gute Dienste leisteten. Der junge Mann hatte Julius ebenso bei den Ohren gepackt, wie zuvor den kleinen Schalterbeamten. Während er den armen Julius unbarmherzig durchschüttelte, wiederholte er seine Frage, wo Alan sich versteckt halte. Dieser fand, dass der junge Mann sich doch damit zufrieden geben könnte, seinen Koffer wiedergefunden zu haben, welcher deutlich sichtbar mitten im Zimmer stand. Julius verzog zwar das Gesicht, sagte aber keine Silbe. Alan sah sich auf dem Flur nach einer passenden Waffe um.